Der CANSAT-Wettbewerb ist ein Bewerb von der ESA, wo es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 Satelliten bauen, Mini-Satelliten, in der Größe einer Getränkedose. Wir sind jetzt am Ankaufen-Sharing-Zoom und starten jetzt hoffentlich gleich unsere CANSAT-Satelliten. Also bei mir passt alles, ich bin ziemlich zuversichtlich, hat alles geklappt, also wird es jetzt dann auch funktionieren. Jetzt bauen wir die CANSATs noch ein, die sind in die Rakette, dann bauen wir sie zusammen und dann kommt sie auf die Trampen. Es läuft, wie das Wetter passt, kann ich nicht mehr schicken. Wie es aussieht, hat alles perfekt funktioniert, alle CANSATs sind wieder am Boden und die Teams suchen jetzt ihre CANSAT. Im Moment schaut jetzt alles gut aus, wir haben die Daten gekriegt, jetzt müssen wir mal schauen, wie es in die ganze Zeit geht.